Hallo und herzlich willkommen zu Word 2010. Heute geht es um das Einfügen eines Initials. Wie fügt man ein Initial ein? Als erstes ist wieder wichtig zu wissen, wo unser Absatz ist. Der Cursor muss sich im Absatz befinden und dann kann ich das unter Einfügen, Initial im Text entsprechend einfügen. Standardgemäß ist das Initial drei Zeilen hoch, das lässt sich aber weiter ändern. Aufpassen, wenn hier am Anfang des Absatzes ein Leerzeichen ist, dann ist diese Funktion nicht auswählbar. Also es kann passieren, dass man hier sagt, da hat man noch einen Text und man setzt hier einen Absatz, indem man hier zweimal schaltet. Dann beginnt, wenn man nicht aufpasst, dieser Absatz halt mit einem Leerzeichen und hier lässt sich das natürlich nicht auswählen. Also Leerzeichen weg, Initial lässt sich auswählen und jetzt machen wir das mal mit Initialoptionen. Wenn man hier reinklickt, kann man hier wieder sagen im Text und man kann auch entsprechend die Initialhöhe verkleinern oder vergrößern. Man kann auch den Abstand zum Text ein bisschen erhöhen und dann sieht das Ganze so aus. Ich könnte auch jetzt noch hergehen und sagen, ich möchte auch eine andere Schriftart. Ich könnte jetzt also hier entsprechend die Schriftart verändern.